Wind und Sonne. Künftig werden Sie den Großteil der weltweit benötigten Energie liefern. Klimaneutral und nachhaltig. Nicht immer, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, gibt es einen Bedarf nach Strom und Wärme. Andererseits ist Wind und Sonne nicht immer dann verfügbar, wenn Energie benötigt wird. Um diesen zeitlichen Versatz zu überbrücken, sind Wasserstoff-KWK-Anlagen von 2G die Lösung. Wenn wir über Wasserstoff sprechen, dann meinen wir eingelagerte Wind- und Sonnenenergie, die je nach Bedarf wieder zurück umgewandelt werden kann in Strom, aber auch in Wärme, in Elektrizität und thermische Energie, je nach Bedarf, um Mensch und Wirtschaft sicher, umweltfreundlich, ja sogar klimaneutral und günstig mit Energie zu versorgen. Seit 1995 hat sich 2G zum weltweiten Technologieführer für dezentrale KWK-Anlagen bis zu einer Größe von mehreren Megawatt entwickelt. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit sind KWK-Anlagen von 2G Energy schon heute in der Lage, 100 Prozent Wasserstoff effizient in Strom und Wärme umzuwandeln. Erfolgreiche Wasserstoffprojekte wurden bereits auf mehreren Kontinenten umgesetzt. So kann vor Ort, also beim Energieverbraucher, effizient Strom und Wärme produziert werden und das mit Erdgas, Klärgas, Biogas oder eben auch mit 100 Prozent Wasserstoff. Das Tolle daran ist, Anlagen, die heute noch mit konventionellem Gas betrieben werden, können morgen relativ kostengünstig umgerüstet werden auf den Betrieb mit reinem Wasserstoff. 2G Energy entwickelt, produziert und vertreibt Blockheizkraftwerke, die höchsten Ansprüchen genügen. Die innovativen Technologien setzen internationale Standards. Jahrzehntelange Erfahrung, Know-how und ein einzigartiges Qualitätsmanagement sorgen weltweit für zufriedene Kunden. Natürlich auch in Deutschland. Innovative Energieversorger wie das Stadtwerk Haßfurt in Bayern haben das riesige Potenzial längst erkannt. Regionale Photovoltaik- und Windkraftanlagen liefern Strom. Ein hocheffizienter Elektrolyseur transformiert überschüssigen Strom in Wasserstoff, der anschließend gespeichert wird. Bei Bedarf wandelt die KWK-Anlage von 2G den Wasserstoff umgehend in Strom und Wärme und schafft damit regenerative Versorgungssicherheit. Deutschlandweit sind wir hier das erste Stadtwerk, das mit einem 2G-Wasserstoff-BHKW die Energieversorgung hier absichert. Man kann sagen, wir sind hier wirklich Wasserstoff-Pioniere. Wir versorgen hier ca. 10.000 Haushalte und ca. 100 Industriekunden und das immer sicher und umweltfreundlich. So werden Energieversorger und Industrie unabhängig von steigenden Energiepreisen. Strom und Wärme stehen jederzeit zuverlässig und nachhaltig zur Verfügung. Das ist die Antwort auf die drängenden Energiefragen unserer Zeit. 2G-Wasserstoff-KWK-Anlagen kombinieren Versorgungssicherheit mit Klimaneutralität. Das regenerative Rückgrat im Energiemix der Zukunft.